hallo und willkommen zurück zu marvel spiderman heute machen wir die hauptsache weiter zeugen schutz sind auch gleich da gucken wir mal was die abgeht das schon wieder weil die polizei ich denke doch die paar blocks werden wir ja wohl mit dem schaffen hast du gesehen was da draußen los ist ich traue niemand sie fahren los ich bleib hinter ihnen falls jemand ohne einladung auf kreuz ok wir werden sehen Dürfen wir nicht zu weit fortjumpen. Oh! Ich weiß, ihr wolltet diesen Zeugen heute Hammerhead ausliefern, aber wisst ihr was, ist nichts, erledigt den Spinner, ab euch den Zeugen! Oh, egal. Ah, Mist. Da ist noch einer. Ah! Zeugenbegleitung. Verbrechermarken können wir hier sammeln. Spiderman, wie läuft die Jagd? Gut. Ich weiß, wo die Dons sein könnten. Wie geht's dir? Müde. Ich bin gerade mit den Anrufen durch. Hart. Gut. Aber hart. Ich erledige das, Juri. Keine Sorge. Okay. Auf dem Auerbach-Theater. Ich bin der Donszitter. Gut. Ja, diese Verbrechen, die kennen wir ja jetzt nun schon. Die werde ich dann auch wieder offline machen. Und dass wir mit der Story hier mal wieder vorankommen. Eins haben wir jetzt gesehen. Heute geht es um ein Brandheizsystemer, Leute. Es geht um den Gangsterboss Hammerhead. Es hat sich herausgestellt, dass die Streiterei im Harlem Sanatorium tatsächlich ein Schlag der Magia gegen diesen Flachkopf war. Ich will von denen nichts hören. Tschüss. Die Dons müssen drin sein. Es wirkt sicher. Oh. Super sicher. Klasse. Sorry. Wir sind komplett ausverkauft. Und es ist echt gemütlich da drin. Wir kriegen diese Dons. So oder so. Ich werde es. Oh. 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 Jetzt kommen die auch schon wieder. Oh. Oh ja. Das ist sicher. Oh ja. Jessica. Oh ja. Der muss weg. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Tja, werdet ihr Zuhause geblieben, müsstet ihr nicht so viel fürs Popcorn bezahlen. Wo ist er? Das wird schmerzhaft. Wir sollten keinen mehr verlieren. Hoffentlich ist er weg. Hey, ernsthaft? Der Pinzell auf der Glatze viel besser rüberkommt. Noch einer. Ja. Ja, jetzt ist aber gut. Ja, jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Zu viele Männer wurden erwischt. Hau lieber an! Wer zieht denn los? Noch einer. Noch einer. Alter, ist doch gut, jetzt. Sag mal. Ach so. Ich will. Oh. Ach, jetzt wird's langsam ungemütlich hier. Kleinen Moment, geht's sofort weiter. So, einer ist weg. Krass. Oh, come on. Oh, come on. Das wird schmerzhaft. Der Kerl ist weg. Mach die Tate. Er darf keinen von uns mehr erwischen. Und jetzt sind sie auf dem anderen Dach. Natürlich. Wo denn? Hä? Hat er oben. Der Sprengsäcke muss mich beeilen. Die Menge hält den Atem an. Und ja, Leute, es ist ein Headtrick! Und die Menge war's! Schlechter Tag, nicht mit uns abzulegen. Passt auf! Nervt es euch nicht, dauernd zu verlieren? Ich weiß ja nur, das schlägt doch auf die Moral. Ja, das wird schmerzhaft. Mir gefallen die Schaden nicht mehr! Ja, ist doch gut. Da ist es aber fertig hier. Okay, die Dons sollten jetzt sicher sein. Ich sollte mal da weiter nach ihnen sehen. Okay. Äh. Was ist hier? Hä? Oh, das wird schon nochmal Action. Oh, das wird schon nochmal Action. Okay, und bereit für ein neues Versteck. Leute, reden wir über die Sicherheitsvorkehrungen. Oh. Okay. Das liegt an den Grabpanzerdingern. Eindeutig. Was ist hier in Dopp? Mist, das lief gar nicht gut. Nee. Juri, er ist entkommen. Mit den Dons. Was? Ist das denn ernst? Die geklaute Sable-Technologie. Sie hatte mehr in petto, als ich dachte. Du hast gesagt, du erledigst das. Du hast gesagt, du krieg mal Sinn. Hab ich, ja. Und ich hab's versaut. Tut mir leid. Was reicht jetzt? Keiner Auszeit mehr. Ich mach das jetzt. Ich meld mich, wenn's einen Plan gibt. Mist. Ganz toll, Piet. Ganz toll. Hm. So. Letztes Gefecht, auch erledigt. Staffel 2. Oh, nee. Ich hab wirklich keine Zeit für sowas, Screwball. Oh, nee. Staffel Content ist immer Zeit. Besonders, wenn der Star New Yorks beliebteste Spinne ist. Bei Herausforderung auf Leben und Tod. Oh, nee. Komm schon. Du weißt, dass du dabei sein willst. Lass mein Publikum nicht warten. Oh, nicht schon wieder die... Gut. Machen wir aber dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Dann muss sie immer mehr of δershando. Ja.